Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer! Vielleicht sind Sie auf der Suche nach einem richtigen guten E-Bike für sich und sind jetzt zufällig hier auf diesen Film gestoßen. Ich möchte Ihnen jetzt gerade im Anschluss meine Firmenphilosophie vorstellen und warum es vielleicht Sinn macht für Sie und gut ist bei uns ein E-Bike zu kaufen. Denn schon bereits vor 40 Jahren habe ich mich mit der Qualität auseinandergesetzt von Technik und so und habe auch in einem schönen Büchler, das es damals neu gab, sehen in der Kunst ein Motorrad zu warten oder im Gespräch mit Alten, die den zweiten Weltkrieg überlebt haben, mich mit Qualität auseinandergesetzt und mit Funktion. Und habe immer mehr Liebe und Verständnis dafür entwickelt. Und so bin ich gereift und habe dann geguckt, dass ich wirklich nur hochwertige Dinge verkaufe. Und in dieser Zwischenzeit sind 40 Jahre vergangen, in denen tatsächlich unsere Welt ausgeblündert worden ist, sie ist zugemühlt worden. Alles ist heute mit Plastifol, mit Chemie und, 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 und. Es werden Menschen ausgebeutet, die verhungern heutzutage sogar noch. Und warum eigentlich? Ganz einfach. Auf Kosten von Einzelnen und von Konzernen, die nur eines im Sinn haben. Gewinnmaximierung. Ja, und die beste, genialste Idee war jetzt nun, um diesem ganzen Ding Einhalt zu gebieten, dass man jetzt sagt, ja, wir schmeißen nichts mehr weg, wir tun es zukünftig entsorgen. Und das weiß mittlerweile jeder, dass das nicht funktioniert. In meinem Geschäft geht es mir in erster Linie darum, die richtigen E-Bikes zu verkaufen und zwar maßvoll und nicht in Massen. Das könnte ich wohl auch, das will ich aber nicht. Ich will Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, lieber zeigen, wie Sie im Anschluss nach dem Kauf Ihr Rad, Ihr E-Bike richtig benutzen, wie Sie es warten und pflegen, wie Sie damit viel Freude haben und es vor allen Dingen langem Wert erhalten. Denn nach fünf Jahren ein neues E-Bike kaufen, das geht gar nicht. Meine E-Bikes sind ausgelegt für mindestens zehn Jahre und länger. Langsam entwickelt sich in Deutschland wieder das Gespür für Verantwortung zur Natur und auch eine gewisse Bescheidenheit. Also zumindest habe ich diese Erfahrung, die ich mache mit meinen Kunden oder wenn ich draußen durch die Welt fahre mit meinen E-Bikes. Mir ist es deshalb ein großes persönliches Anliegen, dass Sie als unsere zukünftige E-Bike-Kundin oder Kunde bewusst die Entscheidung für eines unserer E-Bikes und meine Firma treffen. Und zwar nicht, um jetzt das billigste Angebot irgendwo zu erhaschen, sondern weil es Ihnen einfach darum geht, das Engagement von uns zu unterstützen und sich tatsächlich ein nachhaltiges Produkt zu kaufen, damit Sie lang davon haben und auch dadurch die Ressourcen unserer Welt schonen. Aus diesem Grund sind alle unsere E-Bikes so konzipiert, dass es keine versteckten Schwachstellen gibt. So aus Preisgründen sparen irgendwo. Unsere E-Bikes kosten leider, oder es ist gut so, genau das, was sie auch wert sind. Wir sorgen nur darum, dass Sie Ersatzteile langfristig bekommen, zum Beispiel Akkus und dass Reparaturen und Wartungsarbeiten selten, teilweise von Ihnen selbst oder immer von einem Fahrrad- oder E-Bike-Fachmann ausgeführt werden können. Deshalb arbeiten wir ständig im Team an unserem Qualitätsmanagement, um unsere E-Bikes noch sicherer und langlebiger zu machen. Deshalb machen wir sie in Fideos und in Bedienungsanleitungen auf unserer internen Internetseite, die wir nur für unsere Kunden freischalten, vertraut mit der Technik und Funktion Ihres persönlichen E-Bikes und helfen Ihnen, einfache, aber dennoch wichtige Arbeiten selbst und regelmäßig ausführen zu können. Ich verspreche Ihnen, das alles wird Ihnen persönlich wesentlich mehr Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Freude geben und unseren und Ihren Kindern und Nachkommen eine lebenswertere Welt und wertvolle Hinterlassenschaften, wie zum Beispiel ein E-Bike vom Mott, das noch funktioniert. Ich grüße Sie, Ihr Erhard Mott aus Lauda. Ich grüße Sie, Ihr Erhard Mott aus Lauda.